Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Zimmer ohne Aussicht, anzunehmen bei Fawaxian, in der Zawalek-Höhle, an dieser Position. In diesem Bereich ist man gekommen durch die Vorquest, das war Höhleneskapaden. Quest ist angenommen. Nun geht es in diese Richtung. Hier noch eine Höhle in der Höhle. Also hier geht es von Höhle zu Höhle zu Höhle. Und wir brauchen After Fakten, zwei Stück. Natürlich sind auch Gegner hier eine böse Elite, aber durch den Verwachsenen haben wir diesen Baff. Wachsans Bollwerk. Da passiert uns nicht allzu Schlimmes. Die Mobs sind aber dennoch nicht ohne. Auch mit diesem Baff. So, da müssen wir einfach nur rausweichern. Und hier ist ein After Fakt. Gibt es hier eine Map? Nein, es gibt keine Map von diesem Bereich. So. Dann geht es zum zweiten After Fakt. In dieser Richtung. Hm, das ist es nicht. Ah, schaut mal dahinten. Ich glaube das After Fakt bekommen wir ohne zu kämpfen. Ja. Okay, ich könnte jetzt Schattenwimmig machen. Das mache ich auch. Ich fahrt Zeit. Und dann geht es zum letzten After Fakt. Hier hinein. Hm, noch kann ich es nicht. Ah, da. Okay. Dann bekämpfe ich diese Mobs dir denn. Weil zwei auf einmal sind ziemlich übel. Trotz dieses Baffs. So. Und jetzt müssen wir noch einmal kämpfen gegen seinen wütenden Beobachter. Ah, ich glaube hier kann ich aber meine Cooldons benutzen. Der müsste erstmal der letzte sein. Seitdem auf dem Weg nach außen sind noch einige nachgespawnt. Und hier ist das letzte Artefakt. Das ich für die Quest benötige. Nun aber schnell hinaus. Oh, schaut mal. Der ist faturiert. Ein Glück, dass ich so flott war. Der wird bestimmt zurücksetzen. Hoffe ich zumindest. So. Außerhalb vom Kampf bin ich. Quest ist abzugeben bei Fawaxian. In der Saralekhöhle. An dieser Stelle. Nicht hier wie angezeigt, sondern hier. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierenknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Ciao.